moin liebe leute und willkommen zurück zu um sie zwei wir befinden uns heute hier in berlin ja im x10 und wir fahren vom heiner wie heißt er genau heinerstorfer weg zur waldschenke mit diesem bus und wundert euch nicht ich habe so einen kleinen back hier gerade mit dem tastatur mit der mit der maus und daher kann ich hier nicht ran zoomen das ist total scheiße wie ihr seht total dämlich warum ich weiß nicht es regt mich auch tierisch ab warum das immer passiert warum sie also nicht immer was passiert total bescheuert naja so nehmen das havel bus repaint havel bus wie auch immer hafer geht auch so ich habe eine idee gleich wenn ich einmal raus tappe ändert nichts das ist total scheiße ja koffer mit den zauns ja sollte er hinkommen ja bern hat lichten bernstraße Moin Ich hab zum Glück das mit den FPS gefixt, ja wir haben jetzt hier deutlich bessere FPS im Spiel Ja, ok gerade ist nicht so hoch, aber generell läuft es jetzt besser mit den FPS, kann ich euch sagen Und ich hab die AI-List noch ein bisschen bearbeitet, werdet ihr sehen Wir haben jetzt richtige Subunternehmer, also nicht mehr die alten MAN In der AI-Liste sind die jetzt komplett draußen, nur von einem Subunternehmen noch, weil es dazu nichts ähnliches gab Aber, ja wir sind mit Cetarus, Solaris und die Doppeldecker drin, mehr eigentlich nicht Hallo Moin Scheiße Wenn man hier einfach ansonsten kann, muss man kommt Also das war dein Problemまた dort einfach und es unterhalten ganz einfach Folgendes Deshalb bin ich natürlich mehr länger aus der ersten freight kurz was eine option machen hier und zwar habt ihr es eben zurück gesetzt das war ein fehler weil ich muss mal eine taste ändern hier muss auf zwölf f8 f8 f7 so die nehmen wir nämlich dafür weil es die kinderwagen schaltung und immer mit f12 startet die aufnahmen und das ist dann natürlich ein bisschen dämlich wenn ich dann f12 immer drücke ist auch gerade dämlich dass die ampel nicht grün wird jetzt fußgänger haben schon rot komm jeden moment wir haben einen älteren zf motor 2 keine ahnung welcher das genau ist wir hier drinnen haben wir fählten pfosten Hä, habe ich alle Ja, hä Okay, alle Objekte werden geladen Dann weiß ich nicht Hat er entweder keine Textur Also eine unsichtbare Textur oder was weiß ich Keine Ahnung Na komm Hallo Moin Ja, 17 Grad ist okay Draußen ist ja warm Boom Guck, da ist noch immer ein Keine Ahnung Dieser Subunternehmer, wie heißt der Da gab es keine Repaints Also ich habe nicht nachgesucht Ach scheiße, ich kann schon wieder nicht zoomen Vtf, keine Ahnung Aber sogar diese BVB Repaint habe ich für ein C2 Zuerst davon nur C2 ist rum einfach und Ja Ich habe selber keine Ahnung was in Berlin wo rumfährt Aber ich habe es ein bisschen realistischer gemacht Achso und die AI-Liste habe ich ein bisschen angepasst Mit den Autos Mit den Autos Hä Äh Ich sehe ein Auto Ich sehe ein Auto Laut, ich weiß, ja Ich sehe ein Auto Keine Ahnung, ob er raus wollte. Moin! Oh, ich hab das Türpiepen hinten nicht drin, ne? Alles gut. Lief in die Straße. Guten Tag. Moin. Ne, wir haben keine Türpiepen. Sehr schön. Naja, irgendwie ist das jetzt nicht mehr so laut, das Ballern, ne? Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Oh, oh. Habe ich nicht gesehen, den Übergang. Moin. Okay. Woah. Ich glaube, die bin ich noch nie gefahren, die Linie, tatsächlich. Ja, Montag bis Freitags. Ey, warte, die bin ich in der letzten Folge gefahren. Oh mein Gott, nein, das war ne, 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 ich bin hier gestartet, aber das war ne andere Linie, hoffe ich. Ach, wir sind noch gar nicht da, ne? Ah ja, okay, ja, alles gut, wir sind noch gar nicht da. Ich hab mich schon gewundert, sonst wäre die Folge 10 Minuten lang. Ey, ich kann nicht ranzoomen. Wow. Da, 15.28 Uhr, wir haben noch 10 Minuten vor uns. Und ich hoffe, ich habe auch noch gar nicht da. Ok. Spannende Musik So, oh ne, jetzt fahren wir wieder das ganze Stück zurück, oder was? Über die Pissstraße, da. Ne, zum Glück nicht. Ne, zum Glück nicht. Willst du hinneinsteigen? Oder gar nicht? Ein greener Park. Verrückt. Sorry, ich dachte, der hat den Blinker drin. Habe ich falsch gesehen. Habe ich bedankt. Oder entschuldigt, wie auch immer. Das tut mir leid. Das war ja ein Blitzer. Das ist ja frech, ne? Der LKW hat mich quasi geschützt vom Blitzer. Danke dafür. Ah, hier ist echt Green Park. Sogar der Boden ist grün, was ich mir echt nicht vorstellen kann. Ist doch niemals eine Haltestelle auf dem Gras. Höchstens auf dem Land, oder? Also auf dem Dorf. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Okay. Moin. Moin. Stopp, ich möchte ganz kurz was gucken. Ach scheiße. Oh, ich wollte rauszoomen. Ich kann nicht rauszoomen. Aber es ist tatsächlich so gebaut, wie ich dachte. Es wurde einfach eine Halle und das eigentliche Postgebäude gemacht. Aber irgendwie cool. Coole Idee, muss ich sagen. Aber man muss erfinderisch sein im Editor. Moin. Briefzentrum. Der ist krass, ey. Der ist krass. Green Park und grüner Weg. Alter, was ist denn hier los? Ich kann gerade auch nicht fahren. Ich nehme gerade jeden Bordstein mit, den ich mitnehmen kann. Moin übrigens. Wollte noch einer raus. Ach, da ist glaube ich kein Farb verlegt. Startsdorf. Oh. Barot hier halten. und beide gemacht er und ich ja warum naja gut die Kurve eng ist aber warum ist die Haltelinie so weit vorne zu stehen oh nein ich liebe grüne Pfeile ich kann ihn nicht nutzen oh 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 ich kann immer noch nicht rauszoomen wollte eigentlich gucken ob ich hier parken kann ja kann ich manchmal stehen da glaube ich autos Döner ich glaube ich hole mir gleich einen Döner hier so parken wir mal hier dann holen wir uns mal einen Döner und dann ist gut so also meine Damen und Herren das war es mit dieser Folge ich wünsche euch noch einen schönen Tag ich lüfte jetzt hier einmal meinen Döner naja ich stehe perfekt nicht auf der Straße ist schon okay ich störe ja niemanden hier naja tschüss und bis zum nächsten Mal ich kann leider nicht ranzoomen für dieses tolle Bild naja ich hasse um sie Fick dich um sie nochmals kleine Enddingsung also tschüss